Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Teil von Star Wars Battlefront 2. Heute spielen wir wieder Galactic Assault und wir spielen hier wieder mit der schweren Trupple. Wir haben die Karten nochmal verändert und zwar habe ich hier, dass sie Gesundheitsregeneration früher als normal eintritt gemacht. Und ich habe das hier auch schon verbessert auf 25%. Dazu haben wir noch unsere Kanone verbessert und zwar hier von 25 auf 23 Ladezeit. Ich glaube das sind Sekunden, ich weiß nicht, ich schätze mal das werden Sekunden oder sowas sein. Hoppala und jetzt müssen wir mal spawnen. ...Router haben. Haltet den Landeplatz und die alte Reaktorkontrollkammer so lange wie möglich gegen die Truppler. Nicht zurückweichen. Der Landeplatz wird angegriffen. ... ... ... ... ... nein wir waren einfach zu low und ich konnte da nicht drüber hüpfen wir werden eventuell wieder versuchen hier punkte zu machen und danach in den um die fernste steuerung vertreiben und dann schilfe bereich hat sich je nachdem was vorhanden ist um wir so schnell wie es geht um einen helden zu erreichen ich habe auch gerade gesehen dass mögen nur noch eine minute fehlt dann krieg ich hier noch mal so eine herausforderung so alt habe ich so eine herausforderung absolviert und zwar zehn minuten mit den beliebigen helden zu spielen kann er gerade nicht rausschauen und er kann hier reinschauen ich glaube der jeep hätte uns hier gerade das leben gewartet ja wohl dann haben wir hier noch erwischt jetzt brauche ich deckung bitte gib mir deckung ich kann nicht irgendwie vorbei ich kann nicht irgendwie vorbei ja ja und jetzt können wir gerade uns Jetzt haben wir uns erwischt. Okay, jetzt sind beide gerade nicht verfügbar. Dann spielen wir einfach als schwerer Trupp weiter. Werfe Granate! Die kannst ja probieren. Hey, du bist zu weit weg! Zurück an die Front! Keine Ahnung, komm wo! Hey, Kopfschott! Das habe ich leider nicht mehr bekommen. Jawohl, aber den haben wir noch bekommen. Wir brauchen nicht mehr viele Kills, um zu gewinnen. Wir können los mit ruidesten Sicherheit. Verlassen wir diesen Schrottplatz. Wir brauchen einen Rallye, für jeden Fall. Wir brauchen den Rallye. Ich bin nicht sicher, ob ich von Anfang an mitgespielt habe. wirklich erst dazugekommen bin okay hier habe ich gleich hier schalte ich gleich noch das frei so dann gehen wir mal direkt weiter jawohl dunkle seite der macht da kann man sich wieder richtig anstrengen bei meiner meinung nach ist die dunkle seite der macht coole besser interessanter und noch vieles mehr wir dienen gemeinsam die jacquottsammler haben einen alten imperialen droiden gefunden und der widerstand will ihn unbedingt haben was der droide enthält bin ich nicht erlaubt zu sagen aber ich würde für die sicherstellung die ganze brigade opfern wir übernehmen das frack und werden den widerstand daran hindern mit seiner beute zu fliehen sichern landeplatz und die alte reaktorkontrollkammer und dann machen wir den sack zu wir werden uns ja schon gleich verbinden sind in der reaktorsteuerung beginnen jetzt mit sicherung gut aber wir fangen gerade erst an oh ja und da haben wir schon den ersten oh und der hat da noch einen kollegen dabei ich möchte hier endlich mal für die waffe den ersten aufsatz freischalten haltet die stellung am landeplatz er gehört im kürz zu uns brauche dafür glaube ich nämlich noch drei kill ich bin mir jetzt nicht sicher ob es wirklich die herausforderung ist aber wenn es die ist brauche ich eben nur noch drei kill so hier haben wir auf jeden fall das gegner um kommen wir hier hoch nein das ist uns zu steil der widerstand will sich mit den droiden absetzen und es sind mehr als erwartet findet sie im nachschublager neben dem bereich ein und zerstreut ihre trupp danach ergreifen und eliminieren ja ich hab's mir schon gedacht dass wir hier nicht hochlaufen können so ist schauen wir noch habe ich noch nicht bekommen der ist auch nicht verfügbar schade und geht hier nur mal um um die gegner zu hitten dass wir ein bisschen vorpushen können wo kam der schuss? kam der von oben? wo war denn der jetzt? okay den habe ich nicht gesehen sichern den bereich gibt's doch nicht vernichtet sie ich spekuliere jetzt einfach mal drauf und glaube dass die zwei top spieler in der luft sind mit dem tiefweiter weil da oben kamen schon relativ viele punkte ich hab das vielleicht eventuell schon in einer meiner gameplays gesehen wo ich 40.000 punkte gemacht habe wo war das nicht hier werfen ja das war die falsche Hände die feinde sind verstreut sammeln und gemeinsam vorstoßen wir nähern uns dem ende alle eroberten die ausgänge im osten und im westen die truppen des widerstands werden an unseren barrikaden scheitern und wir kriegen endlich den ruin holen uns jetzt den hausausgab holen uns jetzt den hausausgab wir haben ihn erwischt mit dem unterdrückungsfeier boah der ist schon weit vorne boah der war knapp boah ja da kam wieder einer von der seite ne der flammentruppe der ist hier nicht gerade sehr effektiv weil wir haben ja hier genau diese distanz zwischen uns und den gegnern gerade der ist ja nicht so sinnvoll weil der ist wirklich eher nahkampf aber im nahkampf ist er wirklich stark ich weiß nicht ob den sieht man mal irgendwo im einsatz bei einem einer meiner live streams ich glaube im ersten bin mir aber nicht sicher aber da war noch mal einer oh der hat noch einen Raketenmesser gehabt oh Kylo Ren kostet hier nur 6000 wir bleiben zusammen also wenn ich jetzt hier noch ein paar gute punkte mache kann ich mir den eventuell gleich kaufen oh was habe ich jetzt für eine klasse gewählt ich glaube angriff ja 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 nicht mit absicht so jetzt können wir wenigstens wieder einen schweren trupp spielen wir dienen gemeinsam ja wir können hier gerade nicht gerade so gut vorrücken weil die uns doch relativ gut halten können wir müssen auch auf unsere leben schauen wir haben jetzt nur noch 55 leben ja so dafür können wir jetzt hier Kylo Ren spielen ich habe das Gefühl wenn ich jetzt hier reinlaufen werde dass ich direkt sterben werde boah das ging auf jeden auf alle Fälle nicht so boah ich gehe irgendwo schnell heilen ich habe versucht den Forceangriff zu nutzen aber das hat überhaupt nicht gut funktioniert ja ein Solo ich bin der Kapitän des Millennium Fallen bleibt wachsam bleibt wachsam was ist das eigentliche ok wow was ist jetzt los die hat ja den Raketenwerfer tausend boah ok hier kommt einer ja den haben wir erwischt ihr habt einen Kopfgilljäger bestellt boah ein bisschen aufpassen ich bin Ray ich bin Schrottsablerin nein aber wir haben hoffentlich unserem Team geholfen noch nach vorne zu kommen und das jetzt hoffentlich hier einzunehmen dass wir hier nicht verlieren ah ja ich werde jetzt wahrscheinlich die Gameplays die ich hier jetzt offline aufzeichne trennen also spreche ich immer nach einem Mapwechsel so dass die Videos nicht zu lang sind ich glaube es könnte eventuell für euch ein bisschen besser sein oh jetzt ist hier auch kein Ray wow oh da hat uns der Wookie aber ordentlich erwischt so wie ich hier durch die Merkfliege der Widerstand entkommt das Imperium hat auf Jakku verloren und wir jetzt auch ja Leute ich bedanke mich für diesen äh fürs Zuschauen ähm ich haue euch hier irgendwie den Link zur nächsten Folge zum nächsten Match rein ich würde mich freuen wenn ihr es auch noch anschaut wenn euch dieses Gameplay gefallen hat drückt bitte gefällt mir mir würde der Support unheimlich helfen und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann dann gleich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.